Ja hallo liebe Freunde, heute ist es mal wieder so weit. Neues Summertime Saga Update steht mal wieder vor euch bereit. 21.00 WIP 5091 ist von Dark Cookie jetzt veröffentlicht worden. Und ja, alles fing an mit School 1, erster Tag School, Debbie Debbie Debbie, Jenny Jenny Jenny, Teacher Judith ist jetzt neu mit drin und New UI. Ich habe aber noch gar nicht reingeschaut, was aktuell da drin ist. Jetzt allerdings sind erstmal, warte mal, Teacher Stories war dabei, Judith Szene, oder ist New UI mit da drin? Hm. Ist doch ein bisschen weniger, als ich erwartet hatte. Ich hätte gedacht, er geht jetzt immer so schön die 3er Reihe weiter. Aber naja, gut, okay. Läuft, 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 läuft. Wir gucken einfach mal direkt rein. Nee, Judith Szene war doch echt gewesen, ne? Dann ist eigentlich nur New UI drin. Hm. Okay, wir gucken einfach mal rein. Komm, lass uns einfach mal reingucken. Nicht lange schnacken Kopf und Nacken ab rein. Ja, wir haben immer noch die Möglichkeit, Normal Modus zu machen, sondern Preview, Start with Money, Stats, bla bla bla, weil der Rest ist noch nicht alles inklusive drin. Was kommt denn als nächstes? X-Ray, Garden Minigames, Pizza Delivery. Hm. Aber er arbeitet die Liste ab. Also man sieht schon, die Liste kommt. Nur jetzt aktuell wirklich nur, ach komm, komm, rein da. Let's see what's coming on. Lasst uns sehen, was gerade aktuell neu ist. So, wir skippen, wir spielen immer einen schönen neuen Start. Da können wir alles ganz genau sehen, was denn aktuell neu überhaupt dazugekommen ist. Weil ein Spielstand LAN wäre jetzt Blödsinn, meiner Meinung nach, weil ich will ja schon sehen, was gerade aktuell neu von den UIs dabei ist. Was ist da alles neu drin ist? Ich hab mir das Update-Log noch nicht durchgelesen selber. Welcome to Summer, Sumsaga. Ja, ja, ja. Ja, mhm, 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 mhm. Die erste Neuerung ist auf alle Fälle das Phone. Let's see what we have been here. Oh, ey, das ist gut. Das mag ich schon mal. Das finde ich schon mal geil. Du kannst jetzt sogar die Namen der Characters hier nochmal ändern, wenn du Bock hast. Äh, Story-DBT. Ah, hier kommt der Story-Time. Background gibt es sogar. Oh, schön. Das ist eine gute Idee, finde ich echt nicht schlecht. Das ist was Schönes. Da kann man sich eigentlich auch mal eine Background ansehen. Das finde ich cool. Was ist das hier? Ah, Klamotten-Style technisch. Was Debbie trägt und was sie nicht trägt. Sieht sie gleich blank, oder nicht? Hm. Mhm. Debbie ist sehr kreativ mit ihren Klamotten, ne? Jenny, komm mal am Start. Das Geile finde ich auch, wir können jetzt mal sehen, wie viele Babys wir mit denen zusammen haben. Also, Root, Debbie, ja, ist noch nicht available. Da, da, Dingses. Mhm. Was, nur die? Oder wie sie aktuell gerade rumlaufen. Eric, hey, der ist ja auch der 18. Ist auch, mhm, mhm, mhm. Finde ich cool. Und, ach, das ist unser Vater, ne? Frank, ne? Ja, das ist unser Dad. Verstorben. Tja. Könnte sein. Aber der ist auch mal abgebildet. Sehr schön. Man sieht auch immer mal Papi mal. Cool. Okay, ja, was haben wir noch? Ach ja, Häuser, die wir kaufen können, bestimmt meiner Meinung nach. Fotos, die wir machen können. Tage. Das Spiel bekommt ein Game. Im Game so tagemäßig was zu sagen. Welchen Monat wir abspielen. Wird es hier wahrscheinlich noch ein Wetterungsänderung geben? Das heißt, wir spielen mal Jahreszeiten oder sowas alles. Weil ansonsten würde mir das keinen Sinn machen, warum man einen Kalender einfügen würde, oder? Hm. Das wäre eine coole Neuerung, meiner Meinung nach. Was haben wir noch? Cookies mitnehmen. Cookies mitnehmen. Oder nicht die Cookies mitnehmen. So, let's see. Alles klar. Den Mobs und Drops kennen wir ja schon, der hier ankommt. Unsere good old Jenny, die mal wieder am Start ist. Mir gefällt übrigens, wie gesagt, das neue Update hat schon was Gutes an sich. Debbie macht wieder lecker. Was? Warum muss ich immer? Weil Debbie ist im Obszen immer mal. Oh Mann, Debbie, ey. Lässt aber auch wirklich. Wenn ich sowas am Morgen essen würde, ich würde kotzen vor Freude. Das wäre viel zu viel für mich am Morgen, ey. Ich bin ja sowieso kein Frühaufstehesser da. Also von daher so. Pack, raus. Schlüssel nehme ich aber mit, ne? Thank you. Ja, dann wissen wir mal Erics Haus. Mal gucken, was da aktuell so abgeht. Also, wie gesagt, mit dem Handy haben wir auf alle Fälle schon drin. Ich habe schon, wie gesagt, ja, nichts großartig davon mitgekriegt, ob da irgendwas anderes neu sein soll. Miss Johnson, bring mir bitte mal die Lunchbox. Das Sifton rennt sich. Kommt sie auch dabei? Oh, die leckere Lunchbox. Boah. Ha, ha, ha. Boah. 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 Ich weiß, ihr guckt alle woanders hin. Ich gucke auf diese Lunchbox, Leute, ey. Die ist so krass geil. Ha, ha. Ja, Eric. Kussi, bussi für die Lunchbox. Und es gibt sogar noch ein Herzchen mit oben drauf. Das Herz fühlst du gerade auch sehr tief in dir. Einmal den Haartcheck gemacht. So. Dann, äh, ja. Das haben wir alles auch. Cool. Äh, und rein. So. Bam, bam, bam. Eric, play mal wieder sein Game. Oh, Judith. Tü-dü. Äh, Bonniehole. War das nicht immer noch dasselbe? Na, die Mia. Entschuldigung, Mia ist ja da. Ja, Judith gibt's ja, wie gesagt, neue Animations mit dazu. Aber sie hat noch keine neue Story-Content-Line mit dazu gekriegt, ne? Würde ich mal sagen. Jo. Dexter und Roxy. Ich bin schon gespannt, wann diese Story... Was da sich vielleicht ändern wird. Vielleicht baut er da auch was Neues rein zu Dexter und Roxy. Immerhin haben ja viele Characters hier auch was Neues mit dazu bekommen, ne? Hm. Man muss ja auch mal gucken. Ich finde auch meine Meinung nach einige Art-Styles wohl noch ein bisschen überarbeitet. Zum Beispiel hier aus sie. Einen ganz anderen Art-Style gekriegt, wenn man sich das mal genauer ansieht. Dann müsste man echt das alte Spiel dazu gespielt haben. Und das Ganze mal ein bisschen überlappen. Also, wie gesagt, Mann, ich kann mir nicht beschweren bei Dark Cookies Game. Es hat schon echt, äh, was Cooles mitbekommen, ne? So. Ach ja, ich muss ja nach oben, ne? Jo, Kevin. Alles fit im Schritt. Jo, Bro. Brofest, Mensch. Brofest. Genau, den brauchen wir ja noch, um irgendwann mal das alles hinzukriegen. Trainieren und alles. Da müssen wir ja hin. Ja, ich weiß, ich muss ins Office. Chip, chip, dip, dip. Jo. Dann gib mir mal meine schönen Noten. Ich weiß gar nicht, was jemand so zu meckern hat. Ich finde meiner Meinung nach, F ist doch alles vollkommen in Ordnung, ne? Damit schaffst du in Amerika bestimmt eine Wahlkandidatur zum Präsidenten. Also, von daher, alles gut. Ich glaube, Donald Trumps Noten sehen auch nicht besser aus, aber so. Von daher, alles chilly. Deswegen, ich verstehe gar nicht, warum sie sich aufregt, Prinz Will Smith. So. Auch nice, nice, nice. Weiß, nix verändert. Der UI ist neu, sagte er hier, ne? Hm. Jo. Annie. Warum versteckst du auch den Schlüssel unbedingt da drin? Weil sie Angst hat, da guckt sowieso keiner rein? Oder was ist gerade aktuell? Ah, ich finde das Zeugnis ist grandios. Geil. Oh, aus. So. Ja, der Master Key, den hole ich mir später mal aus der schnellen Tolle ab. Und natürlich geht's ab mit Judith mal wieder in den Locker Room. Hier werde ich einen kleinen Cut setzen und wir sehen uns gleich wieder. So, nachdem Judith wieder alles eingepackt hat, gehen wir jetzt losgehen. Oh, ich darf nicht vergessen, dass ich hier auch nochmal einen Cut draufsetzen muss. So, ab. Zack, geh mal ran hier, Miss Bridget. Gib mal Vollgas. Ich glaube, Miss Bridget bekommt bestimmt noch so eine Art mit Roxy, mit Ronda so in das Story-Content mit rein. Ronda ist ja auch dabei. Ah, es gibt halt noch nichts Neues, ne? Außerdem teilt das neue UI. Hm. So, ach, ich habe French Class, genau. Umgezogen sind wir auch. Sehr schön, ab in die French Class, Miss Babette. Schöne Grüße aus der Eck. So, einmal schön hier durch. Meine Fresse. Bam und voll ins Maul. So, Eve. Meine liebe Eve. Ich bin mal gespannt, was habt ihr eigentlich bei Eve am meisten genommen? Habt ihr bei Eve jetzt weiblich genommen oder habt ihr Eve wirklich männlich gemacht? Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Hm. Was ihr da bei Eve auf alle Fälle genommen habt? Ja. Ich bin ehrlich, ich habe nur die weiblichen Part mit Eve gespielt. Ich habe sie nie als Mann gemacht. Ja. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. So. Ich finde es schön, dass er die Aktion mit Eve zwar so gesetzt hat, dass er wirklich auch sagen kann, Eve ist so der männliche Part, die sich halt als weiblich gibt. Das passt ganz gut rein. Da gucke ich das Game. Was haben wir da? Baguette, Omelette, Formage. Sind das nicht die Dinger, die sowieso nachher in der Abschluss... Ja, das ist doch das, was man sowieso alles nachher in der Abschlussszene machen muss, ne? No, no. Pant, äh, Pen ou Chocolat? Oui. Äh. Was? Chocolatine? Joa, Französische. So. Private Studying ist natürlich auch wieder dran, damit wir nachher beim Bett ein bisschen hochkommen. Und brrp, die Tasks gehen auf. Wir sind also angekommen jetzt beim eingötigen Anspielen. So, ähm, was auch immer die da hinten macht, frage ich mich auch schon. Zack. Ihr seht genauso viel wie ich nichts. Aber hier ist das auch schon mal, äh, es, äh, it was nice to see all my friends again. Wait. Ah, okay. Also das ist definitiv... Also das große, wie gesagt, UI-Update geht eigentlich relativ schnell zu erklären. Ich denke, meiner Meinung nach ist es sehr viel... Jo. Es ist sehr viel hier dazu da, aber wir können ja mal gucken, was da aktuell so drin ist. Das lastens... Wo waren wir gewesen? So, bei ihr. 42. Hat aber kein... Äh? Warte mal. Halt. Halt, halt, halt. Das stimmt doch was nicht. Ach so, ja. Das zählt ja immer von uns, ne? Jaja, doch. Okay, okay. Ich verstehe. Doch. Sorry. Ähm, ich hab erst... Ich war erst ein bisschen verwirrt. Ja, okay. Babys zählt eigentlich nur von uns. Ob wir mit ihr Kinder zusammen haben, wie viele Babys wir mit ihr haben. Weil eigentlich hat sie ja schon ein Kind. Mia. Ah. So sieht mal das aus, wenn... Oh. Prom Date. Guck mal an. Dates. Aha. Drei Dates. Prom Date. Harem. Mhm. Und Babys. Interessant. Mia kriegt ja einiges dazu, wa? Es war klar, dass Mia ein Prom Date wird. Das wussten wir ja, ne? Also ein Abschlussbeildate, ne? Aber jetzt geben sogar drei Dates für Mia drauf. Damit sie eben halt, äh, ja, bestimmten, dass die drei Dates, die man in der Storyline mit ihr gehen wird, um sie dann schlussab schließlich auch zu einem Prom Date zu bekommen oder sie auch in ein Harem zu bekommen. Interessant. Interessant. Bei Judith zählt das selbe Thema in grün auch. Ach, 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 ach. Oh, Judy. Danke, lieber da Cookie, dass du ihr endlich mal etwas mehr Aufmerksamkeit gibst und ihr auch mal endlich mal so ein bisschen auch für das Prom Date hinbringst. Immerhin alle, viele Judy-Fans gibt es da draußen, die Judy mögen und Judy toll finden. Ich finde sie auch nicht schlecht. Ich mag sie auch. Die ist irgendwie ganz lustig. So, Vivienne. Aha, Eve ist auch mit drin. Ich bin gespannt, wie sich das Harem, ähm, Harem-Ding hier auseinander basteln wird. Ähm, bei Jenny müsste eigentlich auch noch ein Harem-Button reinkommen, meiner Meinung nach. Weil sie kriegt ja den Home-Harem, wie ich das ja schon langsam mit euch mitgekriegt habe. Und was wird hier sein? Wird hier zwischen Mia und Eve vielleicht ein Harem stattfinden? Oder Mia und Judy? Oder wird das Ganze nachher ein großer Harem mit drauf? Und wo ist Roxy? Nein. Warum nicht Roxy, Mensch? So, was haben wir dann zu Tor? Und eigentlich gerade aktuell nix. Nix, nix. Wir können eigentlich nach Hause wackeln eigentlich, ne? Ja. Gut. Also, man sieht schon mal, dass das Handy-UI auf alle Fälle was Neues drin hat. Wie sieht es denn aus beim PC? Ist da was Neues mit drin? Halt, im Museum wollte ich nicht. Ich wollte hier rein. Hello again. Ins Kaffeeshop kann ich immer noch nicht reinigen. Kaufen. 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 Nichts kaufen. Was kaufen wir hier nach? Ist Debbie eigentlich? Nee, Minigames sind ja nicht frei. Also von daher brauche ich gar nicht fragen. 550 Mal eben aus der Tasche bezahlt. So, wir gucken mal nach Hause. Wir gehen mal zu Hause. Ich habe das Gefühl, dass da am PC wahrscheinlich auch was Neues sein sollte. Klick, an ist die Kiste. So. Dann gehen wir mal. Was ist denn da? Achso, wir sollen runtergehen, ne? Genau, weil Debbie gerade am Phone ist und mit jemandem gerade ordentlich am Labern ist. Wir wissen ja schon, wer das ist. Also gab es eigentlich nur einen Reiter dazu. Okay, gar nicht mal so schlecht, finde ich meiner Meinung nach, dass wir jetzt endlich mal das Handy ein bisschen auseinandergenommen haben. Das sieht immerhin jetzt schon mal ein bisschen übersichtlicher aus. Jetzt würde ich mal hier mal rein. Ach, nicht Kickies, sondern Cookies. Mann, wie schreibe ich denn heute? Habe ich heute eine... Habe ich heute eine Legistanie entdeckt für mich? Ne, das ist alles noch gleich. Homework läuft nicht. Maze Runner können wir leider immer noch nicht spielen. Wenn wir Summertime Saga hier spielen wollen, jo, geht's gut. Ich nehme mal ein New Game. Hm. Nein, immer dasselbe. Können wir das irgendwie rollbacken? Rollback? Nein. Irgendwann werde ich es schaffen. Ah, da ist er ja. Guck durchzählen. Open, please. Naja, geht ja nix. Naja, hier ist immer noch dasselbe immer noch dabei. Ja, und Remote müssen wir... Da gibt es ja auch ein Minigame, aber das wird ja auch nicht hiermit angezeigt sein. Okay. Ich schaue mal nach Eric vorbei. Jupp, der ist beschäftigt. Miss Johnson. Mhm, ist am Schlafen. Mhm, pennt auch noch. Ja, läuft bei euch. Und draußen ist auch nix los. Ja, fassen wir zusammen. New UI ist also drin. Also das Handy macht auf alle Fälle schon mal gleich einen ziemlich guten Eindruck. Ich weiß nicht, inwiefern diese Dinger hier nachher noch zusammenkommen werden, aber die werden bestimmt auch noch kommen. Aber ich glaube, die Sachen werden erst dazukommen, wenn es wirklich soweit ist, dass das mit dem Haus, wenn man jetzt das Haus kaufen kann. Das geht ja hier unten. Hier. Strandhaus. Home for sale. Können wir ja nicht kaufen, weil wir können hier aber einfach reingehen. Mhm. Das geht? Ja, das geht. Kannst du einfach reingehen. Gut ist. Gut ist der Lux. Ob wir diese mysteriöse Schönheit auch mal irgendwann sehen werden? Bestimmt. Ihr habt ja schon so viele Spoilers reingehauen, dass hier wahrscheinlich noch, äh, was war das? Mhm. Da soll ja auch ein, irgendein Tierwesen mal wieder reinkommen. Ne, irgendwas soll da wieder rankommen. Also, eure Spoilers sind ja auch schon gut gewesen. Ich weiß, es gibt super viele Leute. Also, Summertime Saga ist immer so ein Game. Ähm, wenn da ein Update oder sowas alles kommt, sind die Leute heiß her. Das ist doch für mich meiner Meinung nach verständlich. Kann ich hier mal? Hier geht die Party ab. Da fühle ich mich wie zu Hause. Okay. Hm. Also, wenn der Ständer hier oben voll geworden ist, läuft die Lachsliste, äh, Liste, ne? Dann ist hier alles drauf. Ich bin mal gespannt, was hier nachher los ist. Hm, hm. Okay. Jo. Er hat's nicht überlebt. Typischer Rednecks-Verein hier, ne? Ah. Da wird bestimmt irgendwann auch noch mal eine Kellnerin dazu kommen, die hier arbeitet. Bin auch mal gespannt, wie viel... Er hat den Tag auch überlebt. Da oben ist... Also, ich sag mal so, der... Das ist... Die kontrollieren nur, wer den Größeren hat. Mehr nicht. Also, ich bitte euch, Leute, macht jetzt hier nicht irgendwelche dummen Ideen, ne? Holz mitnehmen. Karte mitnehmen. Alles wieder mitnehmen, was nicht ein Nagelfestes. Ja, gut. Äh. Hm. Ist ja jetzt nur ein New UI. Also, eigentlich noch nichts... Also, diesmal ein kurzes eigentlich Update davon. Na, also, viel war jetzt nicht drin. Aber das ist okay. Das kann ja auch mal ein bisschen ruhiger abgehen. So. Ich mach mal hier eine kurze Pause und ich sehne euch mal, was gerade aktuell drin ist. So. Jetzt hab ich den richtigen drauf. Also, die Change Logs in WIP 5091 sind Upgrade Visual and User Experiments of the Game in... ...of the In-Game Phone. Das wir ja hier schon mal begutachten durften. Also, es sind einige Visual Effects neu mit drin. Edit the Character Direction in the Form of Context App in the Phone. Und das ist dieser Bereich hier. Mhm. Introduce the ability to rename character via Phone. Yes. Check. Klappt. Wunderbar. Debbie könnte ich jetzt auch einfach das I wegnehmen und Debbie sagen. Also, klappt. Wunderbar. Funktioniert. Kann man machen. Und passt auch wunderbar. So. Was haben wir denn da? Malcrow Art Improvement and Enquire Inquiet for each time tricked. Okay. Malcrow Art Improvement and Enquire Inquiet for each time tricked. Was ist denn da? Da muss ich gerne mal reingucken. So. Beach Cowart Art Improvement and Required each Dick Time. Ah. Okay. In Beach sind auch neue Arts drin, wenn das immer verschiedene Zeiten gibt. Okay. Was ist da hinten? Was ist das? Was ist das? Bring mir jemand eine Schaufel. Ich muss hier was kaputt machen. Okay. Interessant. Aber Beach gibt es auf alle Fälle einen neuen kleinen Bereich. Den habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Hier. Was haben wir noch denn da? Debbie's Cutscene Improvement. Okay. New. Consistent Art for Debbie's Love. Lottery Basket. Genau. Das habe ich. Das kann ich euch schon sagen. Da gibt es eine neue Szene. Wenn ihr in der Lottery Szene mit drin seid. Für Debbie. New Minigan Art. Now Match Quality and Style for UI. Jenny's Body Essence Light Improvements such an Arm and Shoulders. Ah. Okay. Also nicht viel. Also die größte Neuerung eindeutig hier in den Game. Gerade aktuell. Gehen wir mal pennen. Größte Neuerung aktuell wirklich in den Game ist. Ähm. Ja. Ich gehe da jetzt nicht reingucken. Sonst kriege ich wieder ein paar auf der Matte. Das sind eindeutig das Phone. Für mich meiner Meinung nach sehr schön. Alles gut. Es sieht besser aus. Auf alle Fälle übersichtlich. Mir gefallen die Back. Sachen. Die Backgrounds. Die da mit drin sind. Auch so die Story. Debbie. Den Content. Vielleicht kann man dann ja auch mal. Wenn man spezielle Sachen auch mal ein bisschen anpinnen. Hm. Rude. Wenn ich jetzt mit Debbie und Jenny gehen möchte. Ach warte mal. Genau. Mir fällt gerade was ein. Wir haben das noch nicht ganz ausgenutzt. Mia. Zeig mal Mia. Okay. Mia ist da auch mit drin. Zeig mal Judith. Auch mit drin. Alles klar. Läuft. Yes. Okay. Läuft. Jip. Auch mit drin. Wir haben das. Die haben doch noch gar nicht kennengelernt. Ach komm. Wir gucken uns ja wenigstens mal alle. Autsch. Ja. Alles gut. Ich mache Hauswork. Ja. Ich verspreche es dir. Ja. Ich mähe den Rasen. Wenn ich Zeit habe. Würde ich das auch noch nebenbei machen. Hm. 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 Mal sehen. ob sie gleich auch mit dabei ist. Also ich klicke das Ganze ein bisschen schnell durch Leute. Nur dass ihr Bescheid wisst. Wir wollen jetzt hier nicht zu lange rüber spacen. Roxy. Nein. Aber gucken wir mal rein. Zack. Da müsste sie doch auch mit aufgetaucht sein. Alles klar. Sie ist auch mit da. Sehr schön. Und man kann vor allen Dingen alle Characters jetzt umändern. Wenn man zum Beispiel keinen Bock hat, dass sie Tori heißt. Kann man ihr ja sagen. Sie heißt Rory. Oder Ori. Oder Mori. Oder. Na. Also den Nachnamen nicht. Aber den Vornamen kann man jetzt bei jedem Charakter ändern. Das ist interessant. Also wenn du jetzt wirklich eigenmäßig was reinschreiben möchtest. Ist das gar nicht mal so schlecht. No Messengers. Was ich aber auch sehr gut ist. Finde ist jetzt das mit den Task hier. Enter the bathroom. Where Jenny is showering. Speak with the touring lore. And speak with her about the greats. Und ja. Das andere ist ja natürlich Story Content mit drin. Gut. Hm. Ja. Kurzes knappes schnelles Update. Aber immerhin ist was drin. Wieder was gekommen. Und ja. Ich habe auch schon gesehen. Ja. Dark Cookie hat ja auch schon rausgeschmissen was das nächste Update sein wird. Oh oh. Hm. Auf alle Fälle kommen die X-Ray Sachen jetzt drauf. Und das Programmatic System wird nochmal ein bisschen weiter angepasst. Ja. Das war es von Summertime Saga würde ich sagen. Ich mache das Update heute mal ein bisschen kürzer. Weil es gibt. Ich habe dir jetzt alles schon gezeigt was im neuen Update drin ist. Ähm. Ja. Wenn wieder was nächstes Update auf alle Fälle kommen wird. bin ich wieder dabei. So wünsche ich euch allen viel Spaß beim neuen Update von Summertime Saga. Es wird so eine Story nicht viel mehr da kommen. Ich sage ja wie gesagt bei was ich gesehen habe. Debbie gibt es auf alle Fälle eine Reworks. Ähm. Ähm. Ja. Wenn ich mal rein dürfte würde sie mich auch rein lassen. Aber sie lässt mich nicht rein weil sie mich weil sie mir die Fresse polieren wird. Ähm. Ja. Auf diesem Wege wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.